... mit... ... Dead Space! Jo. Was er jetzt nicht mitbekommen hat, wir sind... Weil er ist noch mal zum Shoppen und da hat die ganzen Medipacks rausgeholt. Sicher ist sicher. Eintritt schwererlos. Ich hoffe, ich habe noch genug Platz für irgendwelche Munni, die ich jetzt hier bekomme. Mal nachgucken. Ach, ich habe noch einen Slot frei. Ja, wir waren auch richtig sparsam mit der Munni. Mhm. In diesem Let's Play. Ja. Das sich... ... langsamer, aber sicher seinem Ende zuneigt. Ne. Hier ist schon wieder der... Ich mach deinen Orientierungssinn kaputt. Naja, das ist die Scheiß auf Gravitätfähigkeit. Die macht auch den Orientierungssinn kaputt. Ich muss ja sagen, wie ich das immer angeschaut habe, da fliege auch immer, wo es oben und unten ist. Und wir kriegen immer noch Geld. Na, da draußen ist ja auch ein Shop. Ja. Gibt es nicht irgendwie eine Ventilation hier liegen, die ich hier... Das sind so ein bisschen viele Körperteile. Yay. Stasse. Ah. Die werden auf keinen Fall Stasse brauchen. Hm. Yay, Staubsauger! Ich glaube nicht, dass das jetzt yay ist. Ey, Kiste hier geblieben. Das hat sich so gelohnt. Wow. Ich denke, du inzwischen nachlöst. Hm. Warum auch immer? Weil du dafür Energieknoten gebraucht hast, um deine Hände schnell zu gewöhnen. Oh, oh. Nein, du treibst mich nicht in den Ventilator. Aua, ja. So geht's natürlich auch. Was hast du gemacht? Äh, ich gar nichts. Wo ist mein Medikit? Hier war doch ein Medikit dabei. Mh mal. Da ist Eins. Du Ripper Klingle. Du hast eine Ripper Klingle gefunden! Ja, Seriously, da steht da. Ripper Klingle, Eines. Ich habe gerade eine Ripper-Klinge gefunden. Das habe ich gemacht. WZ wie Isaac. Wo ist oben? Wo ist unten? Wo ist irgendwas? Irgendwas ist irgendwo. Oh, not even close. Verstehst du? Irgendwas ist irgendwo. Hahaha. Ich höre es doch. Darf ich dann mal da hin? Ähm. Hm. Irgendwas habe ich vergessen. Ich glaube, du musst da hoch. Ach nein, ich stehe einfach auf dem Kopf. Ich seh hier oft, Jung-Sinn ist für'n Arsch hier. La-di-da-di-da, ich stehe hier auf dem Kopf. So'n großes Medikid lässt man sich doch nicht entgehen. Ich fand eine Gratis-Vollheilung. Ende der Schwerelosigkeit. Ja. Char-Char. Char-Char maximal pigmentiert. Ich meine, das ist dezent unfair Yeah Wow, ich hab ihn jetzt schon so weit Anscheinend macht meine Klinge wirklich viel Schaden Ouch Weißt du, wie du mit der Klinge noch mehr Schaden machen kannst? Von hinten Du musst warten, bis er sich wieder totstellt Like an Assassin von hinten Ja, wenn er sich dann halt wieder totstellt Musst du ihn halt in die Stase versetzen Dann hinten einfach mehr Klinge draufhalten So bleibt er nämlich viel länger da sitzen Du kriegst mehr Schaden rein Wann ich jetzt so? Ja, und jetzt einfach draufhalten, ja Klinge Wenn du da mal die Schwachstelle findest Er ist schon tot Und wir kriegen Energieknoten Den können wir auch so Gut gebrauchen Warum gibst du dir kein Geld zurück? Kannst dir ja just for the loads doch Waffen kaufen Moment, das würde dann rein theoretisch heißen, dass du dann nicht mehr so viel Munition für deine anderen Waffen erhältst, was wiederum blöd ist Oder dass das nicht mehr mein Two-Weapons-Only-Run ist Genau Oh, Minipack Ja, das Mittler könnte schon ein bisschen helfen So Stase wieder auffüllen Oh, Schränke Ach, wer braucht Ripper-Kling Der Ripper Oh, Mann Ist immer heute wieder komisch Ich weiß Nicht Du bist nicht komisch Ha Zu gehen, die Neid Da fühlt man sich mal komisch und dann Dann bringe ich dich auf den Boden der Tatsachen zurück Naja, die Tatsache ist, als ich eigentlich komisch bin, du möchtest aber nur nicht eingestehen, jetzt habe ich dich gemacht Nicht? Nicht so ganz Nee Naja, einfach sowas Wo bringen wir den Marker eigentlich hin? Keine Ahnung Da drüben ist nochmal ein Knoten Den niemand braucht Unfassbar, dass man das mal sagen kann Ein Energieknoten, der nüßlos ist Ey, Plasma-Energie, die mir hinterher geworfen wird Ey Nur ein Energieknoten Ich habe schon alles voll gemacht Oder willst du mir noch 3000 Türen geben, die ich damit öffnen kann? Das ist der einzigste Nutzen, der im Moment bleibt Eben Ja, Brücke aktivieren Marker durch Alter, wie weit Wie weit geht's hier noch? Du kannst ja mal auf deine Karte schauen Ach stimmt, ich glaube, das ist sowas wie das, was sich Map nennt Da war ja was Oh mein Gott, ich glaube, wir haben hier angefangen Also, ihr seht also da rechts unten Und sind jetzt einmal hier außenrum Weil wegen Marker wir nicht den direkten Weg gehen konnten Logik for the win Genau, der genau da ist Logik for the win Genau Vor allem nicht da sein, der Logik for the win Ja, mach auf Danke sehr Aber pronto Daaaah Aber wie wir es jetzt dann doch geschafft haben, so ziemlich all unsere Rippercling zu verhauen Also rauszuhauen Ja Wir hatten mal so viele Das haben wir nur noch Klassen, meine Energie Genau Klassen, meine Energie Okay, wenn wir mir die Dezent sagen Schmeiß deine Rippercling raus und nehm die Plasma-Energie mit Okay, ich hör drauf Genau Wenn der sie nicht einfach wieder einsammeln würde Naja, wir haben auch neun große Medi-Kids dabei Hatte... Oh Hey, Dude Maximalpigmentiertes Beben Schein total Kleines, süßes Extrem ernst Gucken Das kleines Beben Ich werde nichts sagen, aber wenn ich so über die Brücke schaue, sieht das sehr Ja Weit aus Nein, du wirst mich jetzt hier nicht aufnomsen Ich bin zu weit gekommen und jetzt aufgenommen zu werden Wow, 3-Hit 3-Hit sich für Tschögel 3-Hit Und jetzt ist diese eigentlich zu schwer für die Chinese Na, stirb, du Kartoffel-ähnliches Etwas. Was erinnert sich daran an der Kartoffel? Der Auswuchs? Der Auswuchs? Ja, das, wo ich draufschieße. Aha. Was kennt man noch? Gelbe Kartoffeln. Nein, auch du lässt mich in Ruhe. Touchdown und so. Wow. Ihr seid aber auch lästig wie Flö, ey. So, jetzt lasst uns einfach diese Munition mitnehmen. Danke. Danke. Geld. Tod. Backe. Hey, noch mehr. Klass, meine Lieb. Klass, meine Lieb. Ripper-Kling. Und? Nochmal, Klass, meine Lieb. Brauche ich eher. Komm mal mit Marker. Oder? Kann nicht sein. Willst du nicht mal schauen, ob du noch zurück zum Anfang kommst wegen Schrapp und so? Obwohl. Gut, fahrbereit. Bist du eigentlich. Nein. Hm. Stase plus Ripper. Wie willkommen hier denn noch? Wehe, das hier ist ein Endlos-Spawn. Dann gibst du das auf der Ome. Verstanden. Dann gibst du das auf der Ome. Ah. Du hab nicht verstanden. Lata. Glaube ich. Du hast dich verstanden. Zeig mal. Ich werde erst da hin, wo es wehtut. Yeah. Stop, slow. So, damit jetzt keine neuen Viecher mehr kommen, während ich jetzt sage, dass der Part vorbei ist. See ya, Leute. Ciao.